und und herzlich willkommen zurück bei ETHMC und wie man hört es sind wir sind die ganze Zeit und der Wunderschein und die Tischmann ein bisschen Rundgarten warum ich jetzt ganz schnell war mit ja also wir sind hier müssen und dann wird mein Kieschen so so müssen wir haben und schon eher der Grafikverkehr so und ich hab ihn Spalte von und springt natürlich direkt und reichte und wieder müssen Eisen und ein Eisenspilzackstrecke warum Lernstelle 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 er kann es so viel leicht werden was wenn wir um das Wasser zu machen um du kannst du schon mal auch weitere Sachen weiter suchen also hier ist was wie zu verbrachten was wir hier haben also Kiesens was ganz schwarzen da machen wir oder ein Jahrzehnt zu erlösen wo vor Verhältnis hier wenn er mich schon vor der folgenden Screenshot macht weil wir haben nicht vorher schon gesehen auf meiner eigenen Karte und die um die um da ist ja noch eine Wasserquelle Jolo Prozent Prozent da haben die Uhr war scheinlich ich dachte welches die Aspen es ist echt einer Zufall weil ich habe mir vorher schon müssen ich habe mir das nicht vorher schlecht sonst kommt ich habe mich gut so dass es sich lohnt auch den ganzen letzten schon ich mir hatte und es ist ich meine er macht nur und auch auch gut so was er hat so nicht so ich muss einen aufmachen weil ich brauche eben gleich nur eine neue Spitzenzacke er kann er bekommen Lukas gleich erst mal er und um zu sagen was macht was so du kannst er erst mal ein bisschen warten weil ich meine erste Kumpel machen muss Prozent ja du kannst du kannst du in der Zeit schon weiter gucken und ich so dass er auch die Aspen ist als du hast ja schon mal ich habe gesagt du kannst schon mal dies war und wohl ganz wie Steinbauer und viel stein abrufen und das kann ich sagen und jetzt kommt so woher und nur er war ich habe ich bin derzeit auf der Sankt Spaß die Zuschauer haben es wahrscheinlich verstanden dass ich dich mit Holgeratz von wenig und Scherz kommt das war wirklich nicht schätzen natürlich auch glaub ich lass das nicht gehen aufzunehmen ich möchte noch sich in der Saisersatzgrad am PC noch ich glaube sonst will ich gerade noch so selber und angesagt aufnehmen so ich mache mal im Eisenheim an der Welt so hast du schon eine erste Folge gesehen da habe ich mich wirklich mal gezeigt wie ich aussehe ich bin die erste Folge ich traue ich traue kann es sieht bei mir anders aus als bei dir in den Säden weil du da bist du schon mal angefangen kann sein weil ich ein Text ne ich hab kein Text im Package drin pah egal oder hast du vielleicht ein Text im Package drin ja aber dann das ist drunter mal ja da kann es liegen weil ich hab das nämlich nicht drin da siehst du da ich hab das aus Prozent die Händler 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 was er hat ein paar Händler 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 Prozent 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 genau und ich hatte ja letzten die Folge gesagt also gestern dort für euch von wegen des Bargherzigen das war es war ausfällen das warst Kronen zu dir noch nicht auf Stattdaten nein nein die Kinder jetzt schicken weil ich und ich bin da und geht gerade nicht weil ich in Kraft ja warte da noch jetzt erst mal ich muss ja eben hier erst mal das war aber zu wo das war eben wartet weil ich hier gerade in der Bühne ab muss man auch müssen Eisenaufwarte Prozent weil ich hier einige Sachen sind wo ich vermute dass sie so auf die Asien muss aber natürlich schon direkt zu dir kommen ja die Asst was habe ich gesagt das war jetzt wirklich als er sich die aus 1 Fakten sie natürlich ist er verbrannt er hat ja im Ernst der Katzen der Folgen nachgucken der sich nicht weiter unter Lava war was ich für die Fakten Männer ist im Moment was er anstehen was ich kann ja weiter so gut sehen sag ich nicht mehr dieser Reise noch viel aber ich vermute dass sie noch mehr ist oder wenn man schlugt auch noch mal gucken wie viele schlafen sechs Minuten die die Werbung von mir die Folge 80 Minuten lang machen das habe ich nicht schon gemacht habe ich nur vorgesehen 80 Minuten lang macht ich nicht auf die Uhr guckt habe weil ich gedacht aber wir haben noch erst vor fünf Minuten angefangen und das hat eine Stunde lang gedacht und das soll man an die wir im Programm und ja ich nutze sie selbst könnt ihr euch auch holen den nächsten Sagen Aktionscode geben wo er dann heißt es wird schon sehr liebsten sie kommt jetzt ganz billiger das ist was empfehlen Fakten ich werde fast lange gefallen alles kostet das Geld also wenn man schon in die 80 Prozent Rabatt kriegt dann ist das schon geschenkt das kostet glaube ich auch nur 30 Euro was 80 Prozent viel ja 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 PC und Handy halt alles Wollby ist richtig viel Lava ja ja ach ich habe ich habe ich habe ganz viel Eisen lassen und weiß jetzt nicht wo es ist RL sonst schärzt ich weiß natürlich noch wo das ist ich glaube das wird das Leben einmal passieren und ich würde mich so schwarz ärgern so ist es doch gar nicht so gut hier ist sogar noch gold was machen bis zu das schon wieder langen so weit im Kugel ich hab schon 15 reisen fällig das ist ja auch immer und er hat sich bei mir ich mache mir noch Rüstungen ich habe noch mehr am Braten gerade jetzt bin ich schon mal voll Eisen und der Rest an Eisen machen und dann zu Hause gleich okay dann mach ich dir noch schnell Spitzsacke aber dafür dass wir so so das ist so das ist die Autos die für die Welt ist immer schon ganz schön gut aber ich würde sagen ich muss gleich auch so einen Beschluss machen glaube ich weil ich nicht gleich ja alle ich muss noch was machen nicht los er muss ganz abkommen Prozent 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 in einer ja ich sie dann haben oder weil sie dann haben Kuchen für die Nachrichten haben und und ich bin ich brauche er hat sich bei uns in Richtung die solche dass ich sie ist oder ich gesagt sie ist hier und das gleich noch tiefer hatte das gleich mal stehen ja ich tue grad Kohlerbahn bis sie in der Nähe von Lama ja viel Lava und welcher Höhe das fließt aber wo es tut ich sehe ich jetzt grad nicht mehr weil ich wurde nicht mehr Prozent komm ich nicht mehr zu sehen die Wartel ein paar ein was er Prozent mit der Arzt ein zwei Prozent die vier jahres Prozent die Sitzung der Tests alle alle wissen hat eine Aufnahme auch noch die sind als er hat vier die jahre ist zahlrein er sagt was er erst warte müssen das ist immer zurück warte um nennen war auch die jahre so sieht es macht doch nicht noch mehr zu Spitzsacke und wo man auch mit sie die jahre Ok Warum brauchst du jetzt schon zum Näter zu gehen? Das ist kein Bock zum Näter Naja, wir sind dafür noch nicht richtig ausgerüstet, denn wir sind schon der Näter Wir sind nachher voll ausgerüstet wohl Äh, warte Ich frage mal für die nächste Frage Ich frage mal, voll getrunken, ob der mitmachen will Warte mal so, oh, als hintergedanken Als perversen Gedanken, dass Twonka mal mitmacht So, warte So, warte, was was ich jetzt mache? Jo, ich wusste es, ich wäre gerade fast in Lava gespürt Hätte ich das gemacht Was, was ich jetzt mache? Wie viel brauchen wir denn? Neun Obsidian Rechner mal nach, 912, 12, oder? Äh, ja, 12 Ich bin mir immer das geschehen mit Ah, ich bin mir immer das geschehen mit Fuck, ich sollte auch Obsidian aufnehmen, glaube ich, oder? Wer klug, ich bin nämlich voll Ja, ich nenne es nicht So, hier sind noch Stöcker nur Hier sind noch Stöcker nur Überseitig, ich war gerade fast den nächsten Abortbauen Also 12 Stück, einen habe ich schon, gleich den zweiten Fasselaber Ne, deswegen hab ich da ja auch Wasser Ne, deswegen hab ich da ja auch Wasser Ne, ich hab gewonnen, dann brauche ich Was, ja, ich mach ja auch extra die ganze Zeit Wasser vor Und ich sollte auch fassen, weil ich mich nicht zu weit baue, sonst bin ich gleich die Lava Arbeiten drauf geschissen Weil ich hab nicht Jo, ich wär grad wirklich fassen, aber gefallen Was? Kannst du mal Slipbeine machen? Und was? Ja, mach mal Slipbeine, aber geh mal, äh, drei tiefer Drei Block runter noch Warte, Eisen Du hast ja schon einen aus Eisen Ja, die sind da versrotten Hast du extra noch für dich gemacht? Hättest du nur sagen musst du Ja, ich kann auch 15.000, 4 Ich kann auch einige Blöcke abbauen, über 1.500 Ja, Redstone abbauen, ich kenne mich mit Redstone zisch, das Schaltung richtig gut aus Und warum rede ich in letzter Zeit so eine Gruppe? Die letzten Sounds war natürlich in Absicht gemacht Ja, ha, ha So, also, ich brauch noch drei Obsidiaren gleich, dann hab ich's zusammen von seinem Dauerportal Dann gehen wir in der nächste Folge Übernächste Weil nächste Folge müsste man hier erstmal rauskommen aus dem Puff Und ich muss gleich mal eben gucken, hier nach wie lang die Folge schon ist Die schon 13 Minuten lang, also das schaffen wir noch ein Loka Und ich muss sagen, geben wir nämlich gleich Geh mir nächste Folge hier raus Okay, ich mach mich hier, und da können Äh, nächste Tage nochmal hier vielleicht rein Also, so sagen wir, äh, nächstes, also für die Zuschauer nächste Woche Weil die Folge wird ja auch, die Folge werden dann ja auch erst recht spät kommen Ich sag, und reichen ich rieche was ich rieche die jahre st er wird uns fehlen noch zweiter führten das ist die guckst du jeder weiterholt wird hier ist noch eisen Thomas Eisner und hier gleich mal und ich will mir über weil ich nicht wirklich die aus dem woher und das war wirklich ich habe ja diesen ein Dier da wusste ich irgendwo ja das ist so kommt und alle von ihr kam ich ja ich habe hier schon ein Dier aus Versehen versenkt gab das heißt mal sehen müssen aber es war zu werden ja los ich bau den ab plötzlich zu nahmen das war richtig kacka weil du glaubst nicht wie sie sich in die Erste zacken wollten aber jetzt denken wir es ja klar und du wusstest das weil ich in Bayern einer Punkt jetzt garst nach der Folge aber das war in dem Fall wirklich jetzt wenn ich schieße ich schieße auch in diesem Projekt werde ich mir gar nicht schieben denn sind sie gestalten es ist doch das zu der Projekt das hier das er war zu tun der Alltagsdauer ich führte und ich guck mal hier weiter noch hierher geht es ja weiter weiter ich guck mal hier er hat so kann es doch mal und auch und das ist ich glaube ich habe die ersten sieben ich meine schon ich komme jetzt nämlich auch an der Lava Ecke raus doch auch ein Lager man gucken aber er doch nicht nur ein Satz und jetzt weiß ich guck mal Wacken oder Jungen sind nur gleich wieder Minensystemen wo ich viel Amas ich bin er glaube ich in der Spalte wieder und der Kampfer und wir sind die Ecke er hat hier noch die Spalte wieder und das war das Milchweinland was wir gucken wie lange es für mich schon 16 Minuten soll man dann gleich mal sagen so ein Kass machen wer noch nicht ja da ich meine weil er könnte gleich noch ein kleck an st wer will werden das war so so was ich ich brauche ich habe dazu gehört der Kassel nach ihm was ich hab noch mehr als dort Prozent du weißt das ich habe ich schon aber Letzter das meiste sind ich auch bei Lauer ich habe gesagt garantiert rechtlich in Lauer wenn ich hab mir zuerst gut viele nahe war ja aber da ist mir nur gesagt aber Jolo wo bist du Prozent jetzt glaube ich nicht mal sich hat sich hat den Datennamen der und und ich bin voll ja ich war von der Kiste weg dann kann ich mich stein auf sammeln ich habe immer mehr das letzte Mal gesammelt gerade weil ich voll bin auch da war er weiter dankbar das kann man so was ich brauche ich jetzt warte was wird muss nachher noch tiefer sagen so auf die Höhe aber meistens sind sie nicht auf die Höhe so was ich brauche den Gang nach vorne ich ist aber und du brauchst an die Strip-Mining-Gänge die die Gruppe Kostmann da will ich nicht sagen muss man sich auch in den Karten weil wir noch knapp Fak 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 wo auch das ist nicht schön hier über uns ist der Schlauung der Kölner hat ja hier ist ob sie ja noch nicht nur gleich bei mir umlaufen die Saison auf der Karte und auch mal erwartet was ist hier nachher oder wenn man so also ich brauche vorne und du brauchst du bist ganz einfach ich bin so ein bisschen überlauert mal laufen da ich bin aber nicht aber nicht nur da wenn man sparen Fenix unter uns hören kann das kann gut sein da er ist er ich habe gesagt dass Lava wenn er ein Pflasterstein ist solltest du immer gucken was da ist aber auch noch hier sammelst du nach auf Pflasterstein ein auf dem Weg ich bin wieder voll was ich bin ich brauche jetzt mal eben erst mal die Eisenspitze erkauft hier Achtung bleibt zurück bleibt zurück ich sehe Redstone was Wollen wir dann mal eine Verzöberungsbefehlder zu bekommen können wir dann ja mal verständigen ein Wiener Achtung da nicht noch Rätseln und ich würde sagen wenn ich die Folge ja wir haben ja eigentlich mit voll also ich würde sagen wenn euch die Folge gefallen hat dann lasst Leiter abonnieren nicht vergessen und guckt mal auch ruhig auf Twitter vorbei oder im Forum und fahrt sich im Forum von Tutorial Center registrieren wollt und auf Bit.deißel ist sie sich in das Wort Minus geht es um sie ja ich sage machen jetzt mal ja ich sage das hat das jetzt das letzte Wort dann bis nächsten Tag und schön da